Hallo, hier ist wieder Robert mit Geschichten aus der Geschichte. Wohin geht denn die heutige kurze Reise? Nun, wir besuchen Grünsfeld. Im grünen Feld? Genau, hier sehen wir. Im Kreise Main-Tauber, rot markiert im heutigen Ländle Baden-Württemberg. Und als kleine Übersicht, Deutschland in den heutigen Grenzen mit Bundesländern und in den grau markierten Kreisen, da spielen Roberts Geschichten. Auch hier Main-Tauber, rot hervorgehoben. Ein kleiner Hintergrund sei gegeben, das Erzbistum Mainz, das Fürstbistum Würzburg, der Deutsche Orden, die Grafen von Rienegg und auch der Pfalzgraf von Rhein. Die gaben sich hier des Öfteren ein, stell dich ein. Zoll, Handel, Besitz, alte Wegerechte, Lehensrechte. Oftmals überschnitten sich die Grenzen. Also keine klaren Verläufe. Wechselte auch des Öfteren. Ärger und Zank war vorprogrammiert. Aber dafür hat er immer seine Leibeigenen. Die durften es ausbaden. Genug. Ja, doch hier, Grünsfeld. Da liegt das in der Kreisübersicht. Die Grafen von Rienegg. Ja, Grünsfeld ist mit ihnen verknüpft. Erstmals wird Grünsfeld genannt im Kodex Eberhardii des Klosters Fuller im 8. Jahrhundert. Von 1213 bis 1488 treten die Grafen von Rienegg auf. Seht, schwer befestigt war die Stadt. Denn kein geringerer als Kaiser Ludwig der Bayer verließ Stadtrechte 1320. Die Befestigung erfolgte sofort. Hier seht. Ein schöner alter Brunnen. 18. Jahrhundert. Genau wie der Bildstock. Es gab einen schweren Stadtbrand. Danach hat man die Befestigungsanlagen, die im Dreißigjährigen Krieg eh zugrunde gerichtet waren, nicht mehr so aufgebaut. Doch manch alter Spolienstein findet sich. Und wir gehen jetzt nach oben. Vom Standpunkt des ehemaligen oberen Tores. Das geht steil hoch. Richtig. Die Schenkelmauern, die sich hochziehen zum einstigen Schloss. Einstig? Einstig. Kommen wir gleich dazu. Waren von verschiedenen Zwingermauern vorgelagert. Wehrgänge mit Schießschaden. Jetzt wird's schön hoch. Richtig. Und von oben konnte man nach unten in die Zwingergänge schießen. Hoppla. Jawoll. Man hat sich einiges dabei gedacht. Hunderte von Bürgern in Waffen waren nötig, die Stadt zu verteidigen. Man übte regelmäßig. Durfte üben. Die äußeren Zwingermauern nicht mehr ergänzt. Nur die Grundmauern doch. Trepp um Trepp geht's auf. Übel erging's der Stadt. 1525 kämpfte sie auf Seiten der Bauern. Schlug sich für die Rechte mit ein. Der Krieg ward verloren und die Bürger übelst bestraft. Zucht und Ordnung müssen doch herrschen. Hier seht ein Kleingeschütz. Spottet des Kleingeschützes nicht. Der Donner ist, der's ausmacht. Dazu kommen wir gleich. Hier sind wir im Schlossbereich. Das ist kein Schloss. Nein. Das sind die ehemaligen Stallungsgebäude. Groß mit Hoftor. Ja. Das ist das Schloss. Nein. Das sind die ehemaligen Wirtschafts- und Gesindegebäude. Das Schloss selbst. Die Freure Burg. Zum Schloss ausgebaut. Unter den Grafen von Rienegg. Der späteren Grafen von Leuchtenberg. Das wurde im 17. Jahrhundert dann gänzlich abgerissen. Denn es war arg mitgenommen worden im vorherigen 30-jährigen Krieg. Doch. Teile der Stadtmauer. Das Schloss war einbezogen in die Stadtverteidigung. Ziehen sich hier hoch oben noch entlang. Hier sehen wir manch Erinnerungsstein. Ja. Auch aus dem 18. Jahrhundert. Heute schön Park, Verwaltungsstelle. Doch man sieht noch Reste von ehemaligen Toranlagen. Schöne Fachwerkgebäude. In denen die Dienstmannen hausten. Naja. Ein wenig angenehmer schon. Seht hier 1697. Die Kelter und Kellerei. Das Verwaltungsgebäude. Mit schönen Holzschnitzereien und Einlagen. Hier haben wir die ehemalige Kelter über die Traufseite. Viel ist nicht mehr übrig. Dafür aber von der Stadtbefestigung. Der Kelterturm. Ja. Nach innen offen. Hier seht. Einst auf diesen Konsolsteinen lagen Balkendecken auf. Eine kleine Rauchabzugsöffnung zeigt hier oben auch ein wenig Heizbares. Aber nicht allzu viel. Stellt es euch nicht romantisch vor. Hier oben zur Bergseite zieht sich die Stadtmauer zumindest in ihren Grundzügen mit einigen Türmen entlang. Und schließlich gelangen wir ein wenig hinab zur Stadt. Die Kirche dominiert. Hier seht. Noch über 15 Schuh hoch. Ohne Wehrgang. Auch hier die Stadtmauer. Zieht an der Kirche vorbei. Und bricht dann ab. Zur Stadtseite und zum Tale hin hat man es natürlich dann abgetragen. Spätestens im 19. frühen 20. Jahrhundert. Doch lasst uns die Kirche schauen. Die Kirche selbst. Alt ist sie. In die frühe gotische Zeit des 14. Jahrhunderts geht sie zurück. Doch mehrfach wurde sie umgebaut und erneuert. Unter Fürstbischof Johann Philipp von Schönborn. Fürstbischof ab 1642 und ab 1647 auch Erzbischof von Mainz. Da wieder fuhr der Kirche eine Renovierung und Überarbeitung. Doch wesentliche Teile stammen noch aus dem 15. 16. Jahrhundert. Es wurde zugebaut, angebaut. Der Ölberg spätgotisch. Hier eine schöne Sonnenuhr mit darübigen Wappen. Aus dem Jahre 1545. Bauepoche der Renaissance also. Verschiedene Epitaphien-Erinnerungs-Grabsteine. Hier das Chor in schönster spätgotischer Manier. Hohe Fenster mit Masswerk gefüllt. Strebepfeiler stützen. Alte Grabsteine finden sich hier. Teils bis ins 15. Jahrhundert zurückreichend. Denn einst lag der Begräbnisplatz um die Kirch. Es war eine Kirchenburg. Ja, die inneren Mauern wurden abgetragen. Doch seht, viele Grabsteine teils beschädigt. Ja, die kriegerischen Zeiten hinterlassen ihren Eindruck. Der Kirchturm indes auch ein Wart- und Kampfturm der Stadtverteidigung. Schlitzschaden in den Mittelgeschossen. Ein paar Maueranker inzwischen auch. Doch das Obergeschoss im 19. Jahrhundert überarbeitet und seht nach innen. Im besten Geschmack des Barock des 18. Jahrhunderts die Ausstattung. Golden eingelegt die Kanzel, der herrliche Altar im Chor. Doch hier eine der Säulen. Trägt aus dem 15. Jahrhundert der späten gotischen Zeit eine Bauinschrift. Da wurde das Langhaus neu aufgeführt. Seht, die herrlichen Grabsteine mit Umschrift. Die Familie derer von Rienegg und Leuchtenberg. Prachtvoll die Wappen. Die Helmzieher der Schwan. Ja, und das Wappen. Doch Gräfin Dorothea von Rienegg. Das ist das prachtvollste Grab. Marmor in Tarsie. Sie starb 1503. Der Grabstein stammt von Tillmann Riemenschneider. Das war doch ein Bildhauer. Ein Holzschnitzer. Ja. Richtig. Erst ein Bildhauer. Ein Steinmetz. Begabt. Und dann hat er sich auf die Holzschnitzerei verlegt. Doch seht weitere Grabsteine. Hu ist Hu. Der Rienegg Leuchtenberger liegt hier begraben. Doch außen. Schaut weiter. Aus dem Jahre 1496. Die Basis einer Totenleuchte. Selten, dass ein solch altes Relikt noch existiert. Doch wir gelangen in die Stadt. Hier sehen wir einige Fachwerkhäuser. Das Haus der Abt Wundertstraße Nr. 4. 1713. Und gelang schließlich zum Rathaus. Naja, recht schön. Ja, das steinerne Erdgeschoss. Der Stock stammt aus dem 13. Jahrhundert. Die Obergeschosse wurden 1579 neu aufgeführt in Fachwerk. Beste Zimmermannsarbeit. Seht hier. Prachtvoll. Holznägel. Natürlich renoviert, aber weiterverwendet. Und es finden sich all da Wappenkartuschen. Seht hier. 1579. Das kündet. Ja, der Bürgermeister und weitere Beteiligte am Bau. Die Frontseite des Rathauses. Die Draufseite mit dem Treppenturm. Der stammt aus dem Jahre 1620. Das Obergeschoss hier mit herrlichen Holzschnitzereien. 1629 lesen wir hier am Eingang. 1620 in den Obergeschossen. Bestens. Herrlich. Schreckhafte Köpfe. Zum Schutz dienen sie. Doch auch schreckhafte Gestalten. Engel. Gräulich. Und Bürger in der Zeit der späten Renaissance. Das ist prachtvoll. Selten ist ein Rathaus so schön in Farbigkeit wieder hergerichtet worden. Auch hier ging es nicht ohne Blessuren ab. Doch Tradition wird groß geschrieben. In dieser Region. Hier an der Seite. Die Geschichte der Stadt in Stein gemeißelt. Aus neuerer Zeit doch weit zurückreichend. Bis in die Tage des Klosters Fulda. Mit einem letzten Blick. Ein kleiner Hinweis sei noch gegeben. Dies ist ein Beitrag der Serie 4. Baden-Württemberg. Es gibt weitere Serien mit interessanten Beiträgen. Schaut doch bei Gelegenheit mal rein. Hiermit hat diese Geschichte ihren Abgang erreicht. Und wir sagen Danke. Tschüss anderen. Ses google hier. Musik Musik Oklar.